In der Situation, da hat sie geführt, dass ich völlig verzweifelt war und dachte, okay, alles was ich glaube, was ich denke, das ist total zerstörerisch, das ist total deprimierend und ich könnte annehmen, was auch immer da kommt. Und dann kam jemand und hat mir erzählt von Jesus Christus, von dem Erlösungswerk, was er getan hat, von der Ewigkeit, die wir mit ihm verbringen, wo all das Schlechte nicht mehr da ist, wo das Leid, Tod, wo all die Sünde, die wir heute hier begehen können, nicht mehr ist. Und ich war total offen und habe gedacht, okay, krass, ich habe noch nie eine bessere Geschichte als das gehört.